Fast alles, was man sich vorstellen kann, kann über Containerschiffe transportiert werden. Man glaubt oder nicht, wir transportieren halt containerweise Mineralwasser nach Amerika. War mal eins der größten Schiffe der Welt. Ab 15 Grad, dann merkt man auch, dass hier alles so durch die Gegend kurzelt. Wenn da mal so ein Schiff quer steht, wie jetzt im Suezkanal, wie schnell dann alles außer Kontrolle kommt. An Bord müssen wir uns mit allem möglichen Kram selber versorgen. Das Leben für mich ist ein bisschen schwer. Ja. Das Leben für mich ist ein bisschen schwer. Untertitelung des ZDF, 2020